Haben Sie diese Schlagzeilen gelesen? Bäuerinnen und Bauern in ganz Europa gehen auf die Straße und protestieren gegen EU-Vorgaben. Um die Situation der Bäuerinnen und Bauern geht es auch in der heutigen Folge von Standpunkt Parlament. Wir sprechen gleich mit Mitgliedern des Landwirtschaftsausschusses, aber zuerst ein kurzer Überblick. Im Fokus der Kritik der Bauernproteste steht der Green Deal der EU. Damit soll Europa bis 2050 klimaneutral werden und auch die Landwirtschaft ist davon betroffen. Beispielsweise durch die Reduzierung von Treibhausgasemissionen, Regulierungen für den Einsatz von Pestiziden und den Schutz von natürlichen Lebensräumen. Vor allem kleinere landwirtschaftliche Betriebe kritisieren, dass eine Umstellung auf nachhaltigere Praktiken und der damit verbundene bürokratische Aufwand für sie nicht zu bewältigen ist. Einige Bäuerinnen und Bauern fühlen sich außerdem durch den Import von günstigeren Agrarprodukten benachteiligt. Wie kann in Österreich künftig die Lebensmittelversorgung durch heimische Bäuerinnen und Bauern sichergestellt werden? Und wie kann ihnen ein faires Einkommen garantiert werden, ohne dass die Preise für KonsumentInnen in die Höhe schießen? Das haben wir Abgeordnete des Landwirtschaftsausschusses gefragt. Um die Lebensmittel des Zählchengebrauchs einfach auch trotz der Teuerung der letzten Zeit in Griff zu bekommen, ist die SPÖ dafür, dass die Mehrwertsteuer gecancelt wird. Des Weiteren ist uns auch einfach wichtig, dass die Menschen einfach gute, qualitativ hochwertige Lebensmittel erhalten. Wir unterstützen natürlich auch die Forderung der Bäuerinnen und Bauern für eine Herkunftskennzeichnung. Im Zuge dessen möchten wir aber auch eine Qualitätskennzeichnung und eine Tierschutzkennzeichnung, damit die KonsumentInnen wissen, was auf ihren Tellern landet. Und wir sagen ganz klar, wenn wir uns gegen Billigimporte einsetzen wollen, dann müssen wir das Lieberkettengesetz unterstützen. Der Konsument will heutzutage wissen, woher die Lebensmittel kommen, was in den Lebensmitteln drinnen ist. Und gerade deswegen glaube ich, dass es sehr wichtig ist, dass man eine umfassende Herkunftskennzeichnung für alle Lebensmittel einführt, auch in der Gastronomie. Und ich denke einfach, dass das der Weg ist, um die Konsumenten zu schützen, aber auch um die Bauern zu schützen vor Billigimporten. Und dann werden wir auch einen guten Preis für unsere Produkte erreichen. Die dringendste Frage, die uns derzeit in der Landwirtschaft bewegt, ist die Herkunftskennzeichnung. Da geht es darum, dass man Transparenz schafft. Transparenz für die Bäuerinnen und Bauern, aber auch Transparenz für die KonsumentInnen und Konsumenten. Es geht darum, dass wir wissen, was wir essen. In der Gastronomie, beim Wirten, aber natürlich auch im Einzelhandel, wenn wir einkaufen gehen. Und das ist eine große Frage. Wir Grüne setzen uns dafür ein, dass es hier zur Transparenz kommt. Denn gleichzeitig sorgt man dabei auch dafür, dass den Bäuerinnen und Bauern auch ein besserer Preis gelingen kann auf dem Markt, wo wir natürlich mit europäischen und anderen Lebensmitteln konkurrieren. Zuerst ist es wichtig, dass die Bäuerinnen und Bauern von ihrer Arbeit auch leben können. Das heißt, von der Wertschöpfung, die es ja gibt, also bis das Produkt ja im Supermarkt landet, da muss auch genügend beim Bauern übrig bleiben. Das ist im Augenblick ein Problem. Da bleibt bei den anderen sehr viel mehr übrig. Also da kann man ansetzen. Und was kann man tun, damit es für die KonsumentInnen nicht zu teuer wird? Wettbewerb wäre ganz wichtig. In Österreich gibt es vier Supermarktketten, die 90 Prozent des Marktes haben. Und dann muss man auch dafür sorgen, dass Bäuerinnen und Bauern ihre Einkommen auch diversifizieren können. Energie ist ein tolles Thema. Direktvermarktung ist ein Thema. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, hier sozusagen noch ein besseres Auskommen zu generieren. Und das sollte man aus meiner Sicht tun. Ziel der Agrarpolitik ist es, Lebensmittel, gesunde Lebensmittel in ausreichender Menge herzustellen und dabei gleichzeitig den Bäuerinnen und Bauern ein faires Einkommen zu ermöglichen. Die aktuelle Agrarpolitik in Europa bringt uns an unsere Grenzen. Und aus dem Grund fordern wir einen Bürokratieabbau, mehr Landwirtschaft, weniger Zettelwirtschaft. Wir fordern aber auch mehr Fairness entlang der Wertschöpfungskette. Das ist ein Zusammenhalt zwischen Bäuerinnen und Bauern und KonsumentInnen. Und wir fordern eine Inflationsanpassung der öffentlichen Gelder. Weil nur dann ist es möglich, dass auch in Zukunft Bäuerinnen und Bauern in Österreich hochwertige Lebensmittel und eine schöne Landschaft bereitstellen. Und das ist gemeinsames Ziel aller Österreicherinnen und Österreicher. Und wir alle werden davon profitieren. Das war die heutige Ausgabe von Standpunkt Parlament. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.